So, nach der ersten Probe sind schon die Girls hier mit ihrem Koffer und so weiter. Da hat sich schon einer ein Eis geholt und wir haben schon die erste Probe hinter uns gebracht. Und jetzt geht ihr alle ins Hotel, ja? Ja, wir holen einen Fahrrad. Ah, wo holt ihr euch denn Fahrräder? Okay, ich brauch auch ein Fahrrad. So, ich hab mir dann jetzt auch noch ein Fahrrad geholt und fahre jetzt zu der Probe mit dem Rad. Meine Kollegen, die fahren gerade vor mir. So, einmal nach hinten gucken, bitte. Also da sind alle, das ist die Ira da ganz vorne, dann der Johannes und Fabian. Ja, die Sonne, ja. Ja, die Sonne, ja. Gloria, ich ersaufe in Arbeit. Du stehst hier rum und reißt mit deinem Onkel blöde Witze. Kannst du nicht ein bisschen mehr wie er sein? Schon mal was von Genpool gehört. Ich liebe dich, Gloria. Wirklich, aber das ist nur mal meine große Chance. Ich kann da keine Ablenkung gebrauchen. MTV, du Trottel. Du hast mich tanzen sehen. Warum glaubst du nicht an mich? Weil ich hab dich tanzen sehen. Du bist so ein... Fuck! Fortschritte Soul Applaus Wunsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020